Personalisierte Videos ist ein Trend, vor allem auch im Sportbereich. Im Freestyle-Sport, Snowboard oder auch Freeskiere möchten sie sofort der Welt mitteilen. Das ist mit 5G natürlich eine nächste Dimension. Das Video ist unglaublich. Ich habe noch nie etwas wie das gesehen. Ich finde es sehr schön. Vor allem, es motiviert einen zum Nuckli-Höchhaus zu springen. Diese Technologie kann sich an eine hohe Größe von verschiedenen Verwendungen in der Industrie, wie Amusementparken, Bikes-Downhills, Pumptracks und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.